Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder total reich hergefunden habt. Jonas und ich würden ganz gerne das Meetup kurz einführen oder was ist die Java User Group, einfach ein paar Takte dazu sagen. Heute das Thema ist ja Blockchain und da konnten wir mehrere Referenten motivieren zu kommen. Wir haben zum einen den Alex, der extra aus Frankfurt angereist ist und den zweiten Talk über das Raiden Network geben wird. Und ja, dann haben wir noch den Yannick und den Thorsten hier vorne, die etwas zur Hyperledger Fabric in der Praxis uns erzählen werden. Genau, ganz kurz, Java User Group, schon mal gehört, viele wahrscheinlich, die im IT-Umfeld unterwegs sind. Wer ist alles Entwickler? Hand hoch. Okay. Wer ist nicht im IT-Bereich unterwegs? Haben wir auch. Ja, es ist sehr schön. Also das Thema bietet heute auch mal die Möglichkeit, ein bisschen Grundlagen zu sehen, dass man auch mal einen Rundumblick hat über Blockchain. Generell gibt es halt Java User Groups nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da haben wir uns einfach reingehängt, Jonas und ich mal vor geraumer Zeit zusammengesetzt und haben jetzt im letzten Jahr bestimmt schon zwölf Events gehabt und läuft immer weiter. Es gab einfach diese Lücke noch in der Landkarte, die wir jetzt befüllt haben und sind seither in Thüringen unterwegs. Ja, Jonas, in welchen Städten sind wir denn so? Ja, jetzt ist es keine Lücke mehr. Also vorher war da irgendwie so ein QR-Code. Aber die Story, wir haben es gerade eben überlegt, ich kenne jetzt schon ein paar. Genau, hauptsächlich sind wir so in den Standorten, in den Zentren von Thüringen unterwegs. Also Erfurt, Weimar, Jena ist so ein bisschen die Achse und auch in Ilmenau. Der Carsten ist heute leider nicht da von Rewe Digital, aber da geht es dann im nächsten Jahr auch wieder weiter mit den Meetups. Und wir haben immer so einen Mix aus Schirmherrschaft von Uni oder FH und halt einfach aus der Industrie, sage ich jetzt mal. Und wie ihr seht, sind auch noch so ein paar Positionen vakant. Also speziell in Jena sind wir noch dran, dass die Uni oder die IAH auch mit dabei ist, weil es halt einfach immer ganz praktisch ist, einmal diesen Austausch Richtung Akademie zu fördern. Genau, du musst mal für mich klicken. Sponsoren sind sozusagen immer Unternehmen, die mal hosten oder eben einfach Betriebe, die sagen, wir stehen mal einen Raum zur Verfügung. Heute, das fehlt jetzt hier noch, aber dafür ist hier ein großes Plakat, ist die PDV aus Erfurt für das Event zuständig, sage ich mal. Das heißt, dass wir rein können und eben auch was zu essen bekommen, das verdanken wir heute der PDV. Und sie entwickeln hier in Erfurt, also wer Fragen hat, einfach direkt an den Marian. Und genau, vielen Dank dafür. Kommt, genau. Genau, und wenn ihr natürlich dann morgen wieder in eure Firma geht, dann sagt ihr natürlich, super cool, das wollen wir auch machen. Und viele haben es ja auch schon gemacht, wenn ich jetzt da hinten die Tab sehe, zum Beispiel dieses Jahr. Und genau, ja, von den Themen her relativ breit aufgestellt. Wir machen nicht nur Java, sondern alles, was so auf und da rundherum herumläuft. Genau, und ja, wenn ihr hosten wollt, also ich glaube, die Kontaktkanäle sind relativ klar, entweder über Meetup oder Twitter oder, 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 oder werdet ihr uns finden. Und wir werden euch, denke ich, nicht zurückweisen. So, was haben wir denn für Partner? Ja, also klar, am Anfang startet man nicht so klein. Mittlerweile haben wir es aber geschafft, dass die Java User Group das größte IT-Meetup von der Anzahl der Mitglieder ist. Trotzdem pflegen wir Partnerschaften mit verschiedenen anderen Meetups. Es gibt auch Events in der Region, die wir uns später vorstellen. Und es gibt auch zwei ganz neue Meetups, die ihr jetzt hier noch gar nicht seht. Zu denen wird Jonas auch noch was sagen. Momentan am interessantesten würde ich sagen, in Thüringen wäre hier auf dieser Slide zumindest die Softwareskammer noch. Aber wir sind auch manchmal oft bei der Juk-Sexony mit Vorträgen. Waren wir jetzt schon mehrfach, sind im Januar wieder zu Besuch. Ja, bei den Kanälen, da spielen wir natürlich Meetup zum einen. Da haben sich wahrscheinlich die meisten angemeldet. Wir bloggen noch ein bisschen, sind auf Twitter aktiv. Und ihr seht schon schön, dass ich das Mikro hier halte. Das hat einen Grund. Ja, wir zeichnen auf. Das heißt, die Vorträge findet ihr danach immer auf YouTube. Wer irgendwas verpasst hat oder mal nicht konnte, kann das also gerne in Ruhe nachschauen. Ja, ihr könnt nicht nur wegen den Talks da sein, sondern natürlich auch zum Austauschen, andere Firmen kennenlernen, aber vielleicht für Projekte oder ihr habt vielleicht Lust, dass ihr mal eine Lektüre wieder bekommt. Und da haben wir halt die Möglichkeit, statt dass ihr 90 Euro für das Java Magazin zahlt, für sechs Ausgaben im Jahr, könnt ihr nur 15 Euro zahlen, indem ihr hier diese zwei Seiten bei uns ausfüllt. Dann werdet ihr offiziell jetzt Mitglied der Java User Group. Wir sind im iUK-Gruppenmitgliedsbeitrag. Und dadurch könnt ihr zum Beispiel das Magazin bekommen, aber auch auf Konferenzen wie die Java Land oder Java Forum Nord, das aktuell gerade läuft, gehen. Bei der Java Land, ja, da sind jetzt noch Tickets gerade im Verkauf, gibt es einfach 20% Rabatt. Wenn ihr Mitglied seid, gibt es einen kleinen Code. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt Mitglied werden, füllt es hier aus, können wir den Code auch schon direkt rausgeben, geht es etwas schneller. Genau, hatten wir das Geld quasi schon für die nächsten Jahre drin. Ja, 2018 war ja ein tolles Jahr. Wir sind jetzt so langsam, geht es Richtung Ende zu, noch nicht ganz. Wir haben noch den jährlichen Umtrunk eingeplant. Ja, Jonas, was hat es denn damit auf sich? Relativ einfach, hast du schon alles gesagt. Umtrunk halt. Nee, also wir haben natürlich eigentlich so regelmäßige Orga-Meetups. In letzter Zeit ist das ein bisschen unter die Räder gekommen, weil jeder auch so seinen Turn hat. Aber das wollen wir jetzt da mal den Weihnachtsmarkt nutzen, um uns wieder zusammen zu raufen. Und wie gesagt, gibt es auch noch ein paar mehr Meetups. Das heißt, wer auch Bock hat, da mitzumachen, wir suchen auch mal engagierte Leute, die sagen, hey, so Meetup-Organisationen kann ich mir auch vorstellen, da mal reinzuschnuppern, wie geht das eigentlich, so ein Meetup mit zu organisieren. Dann kommt einfach vorbei. Genau, aber jetzt hast du schon so viel erzählt von den zukünftigen Events. Nächstes Jahr, ziemlich am Anfang, wahrscheinlich Ende Januar, wird es einen Hackathon geben, zusammen mit der Bauhaus-Uni Weimar und von Cozentric gesponsert. Da gab es ein Projekt jetzt im Jahr zum Ferienpass. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat, war auch mal kurz in der Zeitung. Das ist so eine Geschichte, dass man seine Kinder in den Ferien anmelden kann in Weimar. Es ist so eine freie Trägerschaft. Und ich war da selber und musste mich da hinsetzen und dann einen halben Tag warten und eigentlich Urlaub nehmen, um meinen Kindern anzumelden. Und wir haben dann gesagt, das kann man irgendwie besser machen, kann man irgendwie digital machen. Und das haben wir auch gemacht in einem Studentenprojekt. Es ist jetzt auch online, aber es ist so, naja, halbfertig. Und wir haben jetzt gesagt, so einen konzentrierten Hackathon zusammen mit den Mädels von der Stadt Weimar, die das da betreuen, wird das Ding halt rund machen. Dann können das halt einfach nächstes Jahr wirklich genutzt werden. Bisher läuft das in der Beta-Phase. Und das wird aber noch angekündigt, wann wir das machen. Ende Januar ist jetzt eingeplant. Genau, und dann habe ich ja schon gesagt, am 31.1. kommt der Benjamin Wilms nach Ilmenau und erzählt was zu Chaos Engineering. Also im Endeffekt, wie man seine Kollegen alle am schnellsten kennenlernt. Also wer das schon mal gehört hat bei Netflix, die machen ja selber so ein bisschen ihre Anwendung und Infrastruktur kaputt aktiv, damit sie wissen, ob es wirklich so resilient und ausfallsicher und so weiter gebaut ist, wie sie gedacht haben. Und da kann der Benjamin, glaube ich, ganz gut was erzählen. Also 31.1. in Ilmenau. Und dann habe ich ja auch eben schon beim Reingehen hier ein paar Gespräche gehabt. Es gibt das neue DevOps Thüringen Meetup. Also wer viel mit Betrieb und so weiter zu tun hat, dem ist das sicherlich interessant. Vom Fokus her geht es viel so um Infrastructure as Code Sachen oder Continuous Delivery, DevOps allgemein. Und da ist tatsächlich schon nächste Woche das erste Meetup. Da sind auch alle Buzzwords angekreuzt. Nee, ist auf jeden Fall super cool, weil der Manuel ist einer der Maintainer von dem Traffic Proxy, der so mittlerweile eigentlich alle Engine X so fast rausräumt, außer das Caching aus den Projekten und überall alles verdrängt, weil die meisten halt Docker machen und das Ding halt Docker nativ unterstützt. Also sehr interessant. Natürlich auch mit Terraform, weil wir machen ja Infrastructure as Code. Und das Folge-Meetup im neuen Jahr ist auch schon terminiert. Genau, das ist zusammen mit der Softworks-Kammer in Jena. Und da kommt die Sandra Parsik und erzählt einen Rundumschlag zu Integration-Testing. Sei es jetzt einmal auf Anwendungsebene oder halt auch auf Infrastrukture-Ebene. Auch super interessant. Und wie gesagt, zusammen mit der Softworks-Kammer. Genau, und dann können wir gleich rüberspringen. Genau, zur Softworks-Kammer. Da sind schon ein Haufen Meetups noch geplant. Also nach dem Joint-Meetup geht es dann weiter mit Domain-Driven Design im Microservice-Umfeld. Da kommt ja Michael Blöd von InnoQ. Und genau, also schaut am besten auf Meetup, weil ich jetzt die Daten auch nicht im Kopf habe. Danach kommt Property-Based Testing im März wahrscheinlich. Genau, und nur noch eins, IoT. Nicht zu vergessen, oder willst du das? Achso. Ja, also sind nicht alle Events online. Es gibt natürlich noch mehr. Unter anderem einen Sketchnotes-Workshop haben wir schon geplant. Da freue ich mich auch schon drauf. So, jetzt kommt der neue Wind. Ist das zusammen mit New Work dann, oder? Das kennt ihr noch gar nicht. Der Sketchnote. Ja, da bin ich noch dran. Okay, gut. Also wird noch announced. Genau, und wir haben ja noch ein Meetup. Was, wo ich irgendwie auch komischerweise irgendwie drinnen hänge. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Da war letzte Woche, vor zwei Wochen das erste Meetup. Hier bei Ibikus, auch nicht so weit weg von hier. War sehr, sehr voll. Also scheint irgendwie den Nerv getroffen zu haben, das IoT-Thema, also Internet of Things. Da ging es um das ganze Thema Smart Cities, Lora-Wahn, LP-Wahn. Genau, und da hatten wir auch die Hütte voller Speaker. Ich glaube auch, ich habe das Feedback bekommen von der FH Erfurt, war jemand da, der jetzt unbedingt auch da ein Netzwerk aufbauen will. Also ganz begeistert. Genau, und das Folge-Meetup am 22. Januar ist auch schon geplant. Da sind wir in Jena bei der Navimatix. Und da geht es um Gebäudeautomatisierung, also sozusagen die große Schwester von Home Automation. Auch sehr spannend, da suchen wir auch noch Speaker. Und tatsächlich haben sich schon fast 30 Leute angemeldet, meine Güte. Ja, genau, dann springe ich mal wieder rein, genau. So, und dann sind wir schon heute Abend. Genau, einmal, das waren jetzt echt viele Slides, ich bin uns gar nicht mehr gewöhnt. Benjamin hat gesagt, wie letztes Mal. Da habe ich gesagt, hä, welche Sätze mal, haben wir uns immer ohne Slides gemacht. Okay, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich uns einfach viel Spaß.